Nimm deine Brüste aus meinem Gesicht, bitte. Ich hab das Klo gesucht. Kann ich dich anzünden? Ich geh erstmal baden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen H.I.O. Spiel. Und es ist ein Spongebob-Game. Nicht Patrick, sondern Potrick-Snap heißt es. Es ist kostenlos und es geht nicht so lang. Hab ich gelesen. Aber dafür, dass es nicht so lang geht, ist es, ich glaube, zweieinhalb Gigabyte groß. Das wundert mich ein bisschen. Aber gut, dann schauen wir doch einfach mal. Ich hab übrigens eine neue Maus. Ich hoffe... Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh Gott! Who lives like a particle under the sea? Patrick Caesar! Ich hätte gern mehr gehört. Auch wenn ich beim Mitsingen vielleicht, wenn man mich außerhalb meines Zimmers hört, vielleicht denkt, was zur Hölle macht sie da? Tasks. Rede mit Potrick! Ich hab sehr laute Schritte. Ich komm gleich, ja? Ich guck mir das nun mal an hier. Bitte tu mir nichts. Oh Gott, ich hab das sehr laut. Er hat aus Sand eine Badewanne, okay, ein Klo und aus Sand Klopapier. Ja. Was ist das? Ist das ein heiß Wasserboiler? Oh, ich kann ja fast da rein. Oh, ey, ich kann springen! Ja! Kann ich das Spiel kaputt machen? Nein, okay. Warum? Er ist so groß wie ich, ne? Irgendwie. Ich kann auch brennen. Wir reden gleich, wir gucken mal ganz kurz hier. Äh, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es das Spiel war. Wo stand? Der Entwickler wäre 15 erreilt. Ähm. Potrick. Was ist das? Okay. Der folgt mir. Also, den Originalen finde ich ja jetzt schon so, okay. Aber der ist ja nochmal. Ach, guck mal, hat der eine hübsche Küche. Da wächst Efeu oder sowas. Okay, ich soll mit dir reden. Kannst du deinen Kopf... Iiii, guck mal. Bah! Bäh! Oh, okay. Hi. Hi! Hi! Ja, ich kenne dich nicht, aber... Kann ich tun. Okay. Ich soll dein Haus sauber machen und mit dem Wohnzimmer anfangen. Okay. Setz uns die Kommode in den Vorratsraum packen. Da, wo deine gruselige Statue steht. Iiii. Iiii. Add the cardboard to the storage room. Cardboard? Oder was? Das... Was hiervon ist das Cardboard? Oh. Ihr? Nein. Seid ihr das? Cardboard? Bin ich doof? Okay. Anscheinend. Ich wollte schon sagen, ich habe eine neue Maus. Die ist voll toll. Ich hoffe, dass es da keine Probleme mit gibt. Okay. Ich bin... Lalalalala, ich räum bei Patrick auch. Lalalalala, ich räum bei Patrick. Was ist das? Guck, okay. Was ist hier? Bitte tu mir nichts, nur weil ich nicht das mache, was du sagst. Gästezimmer, Schlafzimmer. Schlafe ich hier? Hallo. Kannst du noch was sagen? Nee, okay. Wie heißt der fette Kerl von Star Wars? Wann wirst du hier unscharf? Sieht aus wie eine Mischung aus Patrick und... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, hieß er Jar Jar Binks. Ich vertu mich nämlich hier... Also ich weiß, dass er nicht Boba Fett heißt, auch wenn da Fett im Namen ist. Alles... Ah, Hasenwörter. Habe ich was falsch gemacht? Nee, noch nicht ganz. Nee, aber da sind noch ein paar Kisten. Er schaut noch Fernsehen. Okay, wenn ich fertig bin, sage ich dir Bescheid. Oh. Alter, du siehst auch, dass ich noch nicht fertig bin. Uh, das hat ein bisschen in meinem Herzchen gezogen. Ich habe mich nämlich gewundert, warum er die Kiste von alleine abstellt. Okay, das macht er hier auch. Ha. Das ist ja gut, ey. Es sind noch zwei Stück. Einer noch. Ich habe es gleich, Patrick. Der noch. Dann bin ich fertig. Okay. Warum kam der denn jetzt so angerannt? Warte hier, ich komme wieder. Okay. Ah, there is a task in the house. Gibt es da noch irgendwas zu tun im Haus? Nee, und jetzt halt die Klappe und warte hier. Okay. Was passiert hier? Was hat er, was hat er für Mr. Krabs? Und morgen kommt Mr. Krabs mit dem Geld. Kommt doch nicht so nah. Man hält, kennt ihr so Menschen, die einfach, also wenn man sich unterhält, ne? Hat man so eigentlich so einen gewissen Abstand. Lass mich mal vorbei, damit ich das zeigen kann. Hey, über. Nimm deine Brüste aus meinem Gesicht, bitte. Und es gibt so Menschen, die einfach nicht diesen normalen Redeabstand haben, sondern hier so ganz nah stehen. Go to your room and sleep. Jetzt darf ich in den Gästeraum und da schlafen. Okay. Ja, du stehst mir im Weg. Hallo. Ui, 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 ui. Patrick, ich kann nicht. Du stehst mir... Ich gehe jetzt hier drüber an. Ja, ich würde ja gerne, aber du stehst mir im Weg. Ah, jetzt hänge ich ganz fest. Bord. Ich, ja, ich komme gleich wieder. Das ist schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Patrick. Patrick, jetzt kam ich dir entgegen. Ja, bin ich. Ich habe schon wieder nicht verstanden, was Mr. Krabs gesagt hat, aber gut. Ah, so, ja. Also, normaler Sprechabstand. Ach so. So, hier, dass man den Menschen auch noch sieht. Manche Menschen stehen hier. Das ist mir einfach zu nah. Okay. Hier. Okay. Ja, so schlafe ich auch immer. Oh. Was ist denn da los? Warum? Spongebob. Spongebob. Hatten wir einen Albtraum? Go talk to Spongebob in poverty room. Heißt das hier vor meinem Raum? Äh, Entschuldigung. Ich habe das Klo gesucht. Nichts. Komm hier nicht rein. Okay. Mach die Küche sauber. Okay. Ich will hier aber rein. Ich will hier aber rein. Okay. Ja, ist ja gut. Tschüss. Auf zur Küche. Oh. Ich glaube, du hast ein Käseproblem, oder? Ist das Spongebob? Hä? Kommt die hier rein? Okay. Warum auch immer? Nette Teller. Okay. 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 Ich dachte gerade, ich habe doch irgendwas gesehen in meinem Augenwinkel. Hallo. Ist das richtiges Englisch? I just want how to clean... Ich wollte nur... Wie zu reinigen die Küche? Hm. Okay. Ich kann nicht immer nur einen nehmen. Schöne Pflanze. genug Wasser, müsste sie hier unten ja eigentlich haben. Hi. Hier. Wirst du einen Käse schwammen? Sag mal. Was ist denn dein Problem? Are you afraid of me? Alter. Alter. Was ist mit ihm... Nee, ich habe keine Angst zu dir. Was machst du hier? Ich habe das Haus aber gemacht. Wie lange bist denn du hier? Sieben Tage? Vielleicht auch mehr. Du hörst... Gott, sag mal, Mr. Krabs. Oh. Er hat von mir gesprochen. Was ist das hier? Das ist wirklich lustig. Nein, ich werde den vollen Preis nehmen. Nein. Ich werde ihn für den vollen Preis nehmen. Okay. Komm, Mr. Krabs. Ich fand ihn jetzt mal meinen Preis. Hm? Hm? Das ist lustig. Du musst schlafen, weil du dich am nächsten Mal bist. Du, hey, du. Du bist am nächsten Mal. Was? Soll er. Ich schlaf jetzt hier, okay. Guten Nachts, mein Spass. Oh. Wer? Ich? Wer? Ich? Ich? Uah, uah, uah. Boah, die ist so schnell, bitte. Ja, es... Morgen Abend, wenn Potrick schläft, dann hauen wir ab. Ich weiß ja nicht. Hey, 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 look at the fat, Potrick, very fat. Shut up. Very fat, stop. Do you want to say something? Hey. Nee, 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 ich will gar nichts sagen, ist alles gut hier. Mir geht's super. Aber wieso ist er denn runtergefallen, weil man ihn erschossen hat? Hat doch nicht auf seine Hände geschossen. Ich glaube, so spielt man keine Klarinette, aber okay. Ah... KILL PATRICK?! … Und wie? Ah, hä? Moment. Da war Spunstopp drin. Wie bin ich denn hier rausgekommen jetzt? Was ist hier passiert? Ja, nimm... Kann ich mich hinhocken irgendwie? Nee, ich kann aber springen. Könnte ich bitte die Waffe nehmen? Wohnzimmer. Wie soll ich ihn denn killen? Miannt ihr Waffe? Okay. Mr. Krebs. Oh no. Wie denn? Eee. Ich melde ein Messer oder so. Nee, hast du kein Messer? Wie denn? Hier, du hast so ein Schwert hier. Hier ist rau nix. Wie denn? Wie denn? Hallo? Ja. Hier. Nimm ab. Also entweder Maus oder Ehe. Aber nicht mal das, mal das. Mein Equipment. Und wie komme ich an mein Equipment? Ach. Hä? Ich habe ein Feuerzeug. Ich habe eine Tabelle. Ist das das Mausrad? Kann ich dich anzünden? Nein. Wo ist die Waffe, die ich eben eingesammelt habe? Spongebob, hilf mir. Ja. Versteht das nicht? Ich habe doch eine Waffe eingesammelt. Ich kann zoomen. Mit dem Mausrad gedrückt halten. Kann ich den Teppich anzünden? Voll zu unter Wasser. Das macht total Sinn. Was sind denn die Kartons, die ich hier so schön gestapelt habe? Was zur Hölle bist du eigentlich? So ein Shigun-Master-Dings? Ich kenne das. Ich gehe erst mal baden. Hat er vielleicht ein Gasherd, den ich ihm ransetzen kann? Also ich finde, ich bin sehr kreativ für meine Lösungsoptionen hier. Aber ich blicke dieses Spiel nicht. Oh, gucken wir mal deinen Wasserverbrauch. Oder was ist das hier? Das ist bestimmt Wasser. Und das ist... Ich weiß nicht. Hat sich da gerade was drin bewegt? Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, wo ich bin schon, aber nicht, was ich machen muss. Ich komme nicht an meine Waffe. Oh, den Fernseher ausgemacht. Was ist hier gerade passiert? Kill Potrick, ja. Jetzt versuche ich, ja. So, Krabs, hilf mir. Okay, ich drücke alle Tasten. Qu, W, E, R, T, Z, O, I, O, P, U. Ä, Ö, L, M, G, J, Z, T, U, G, T, F. F, das ist noch mal. Y, X, C, V, 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 B, N, M. Was war es jetzt für Knoppe? N. Night Vision Camera and Equipment. Was? Wo ist denn mein Equipment? N? Night Vision Camera and Equipment. M ist Menü, okay. Macht Sinn. Eins, oh, es ist die Eins. Okay. Jetzt aber. Sieben vor 25. Okay. Wo war denn eigentlich der Ausgang? Es gab gar keinen Ausgang. Ist der ekelhaft? Na, die Klarinette hat, dann ist Taddeus auch tot. Hallo? Mein Gott. Das ist aber ein wirres Spiel. Äh, ja. Okay. Ich, äh, denke, es gibt keine weiteren Enden. Falls doch. Mache ich es noch rein? Bist ihr ja? Okay. Äh, ja. Einfach ein verwirrendes Spongebob-Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Drückt aber abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.